Zwar fängt die Expo Real erst am Montag an. Der inoffizielle Startschuss für sportlich motivierte Immobilienprofis war jedoch schon gestern. Bereits zum vierten Mal radelt die österreichische Immobilienbranche nach München. Und die Teilnahme an der Tour erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben vor vier Jahren angefangen in einer kleinen Gruppe zuerst zu dritt, mittlerweile mit 19 Leuten, nach München zu fahren. Weil es an und für sich ein sehr schöner Event ist und uns verbindet ja, sage ich jetzt einmal, jobmäßig sehr viel. Wir haben das ganze Jahr mit Immobilien zu tun, haben sehr viel Spaß und Freude an unserer Arbeit, glaube ich. Und so haben wir uns gedacht, dass wir natürlich auch einmal auf der privaten Ebene hier unser Geschäft ein bisschen verbinden. Und dazu haben die 19 Immobilienprofis von neun verschiedenen Unternehmen ganze 520 Kilometer lang Zeit, bis ihr Ziel, die Expo Real in München erreicht. Ich denke, es ist eine ganz spezielle Form des Zusammenseins, so viel Zeit und so viele Kalorien gemeinsam zu verbrennen, dass ich davon ausgehe, dass es auch eine besondere Beziehung ergibt, die sich vielleicht so im beruflichen Alltag anders ergeben würde. Und auf der größten europäischen Messe für Gewerbeimmobilien ist Österreich bestens vertreten und bietet eine ideale Plattform für die Präsentation diverser Projekte. Also für uns ist die Expo Real der wichtigste Branchen-Event des Jahres. Entsprechend stark werden wir vor Ort auch vertreten sein. Wir haben einen eigenen Unternehmensstand und werden zusätzlich noch als Standpartner der Stadtstände Berlin, Mainz und München vertreten sein, wo wir unsere großen deutschen Quartiersentwicklungen präsentieren. Ja, wir haben einen Gemeinschaftsstand mit anderen Unternehmen aus Österreich. Wir präsentieren unsere großen Immobilienprodukte, also den Hauptbahnhof, Nordbahnhof, Nordwestbahnhof, die großen Projektentwicklungsgebiete und hoffen, dass wir heute womöglich doch auch irgendwas anleihen können. Die DRG bietet klassisches Property Management in Deutschland an. Wir verwalten derzeit 1,3 Millionen Quadratmeter an Büro- und Gewerbeimmobilien, darunter auch den Tower 185 in Frankfurt, Sky Garden in München und Tourtotal in Berlin. Wir sind mit Mitarbeitern aus allen Geschäftsbereichen vertreten. Das heißt, das ist bei uns Liegenschaftsverwaltung, Immobilienvermittlung, Architektur und Baumanagement sowie Facility Management und sind dort eineinhalb Tage mit unseren Mitarbeitern vertreten. Doch bis dahin stehen den Teilnehmern noch fünf Tage am Rad bevor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.